Die zwei Häschen sehen auf jeden Fall glücklich aus. Fein, schöne Gehörchen. Buzz und seine Playboy-Bunnies. So, achso, der erste, wer spielt die Stewardess? Du darfst jetzt die Kategorie aussuchen. Ich weiß nicht, wer von euch die Stewardess ist. Prominente Persönlichkeit. Ja, das ist die erste Kategorie heute. Und hier kommt auch schon die erste Frage. Ach nee, erst mal der Modus. Puffelsammler. Puffelsammler. Untertitelung des ZDF, 2020